Über den Tisch gezogen. Kein Krankengeld bei Altersrente nach Wegfall der Hinzuverdienstgrenze 2023 ist das Beitragsabzocker. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Arbeitnehmer, die eine gesetzliche Rente beziehen können oder beziehen können sich ja zum 1. Januar 2023 richtig freuen, bei vorgezogenen Altersrenten, das haben wir ja nun auch schon berichtet, ist es so, dass die Hinzuverdienstgrenze zum 1. Januar 2023 wegfallen soll und wegfallen wird. Der Bundestag hat dazu final entschieden. Der Bundesrat wird in Kürze dazu auch nochmal entscheiden. Ich glaube, der 16.12. wird das sein, wo der Bundesrat entscheiden wird. Bei vorgezogenen Altersrenten wird es dann keine Anrechnung mehr des Hinzuverdienstes geben und die Rente wird dann ab Januar 2023 immer als Vollrente gezahlt. Egal wie viel Geld sie verdienen, als Rentner, die Rente wird immer als Vollrente gezahlt. Die Teilrente wegen Anrechnung, Hinzuverdienst ist dann vom Tisch, sie ist Geschichte. Was aber den Arbeitnehmer als Rentner richtig sauer aufstößt, ist die Tatsache, dass er aus seinem Verdienst, aus der Beschäftigung weiter Krankenversicherungsbeiträge an die Krankenkasse zahlen muss. Und dafür aber im Krankheitsfall nach Ablauf der 6-Wochen-Entgelt-Vorzahlung kein Krankengeld mehr bekommt. Er zahlt Krankengeld, er zahlt Beiträge, bekommt aber kein Krankengeld mehr gezahlt. Zwar gilt für ihn dann der ermäßigte Beitragssatz von aktuell 14% statt 14,6% aus seinem Bruttolohn. Davon zahlt er und der Arbeitgeber jeweils die Hälfte. Aber der Arbeitnehmer hat trotzdem keinen Anspruch auf Krankengeld bei Vollrente wegen Alters. Und dann kann der Arbeitnehmer in folgende Situation geraten. Er hat dann einen Rentenanspruch und einen Gehaltsanspruch. Er wird dann krank, bekommt 6 Wochen Entgelt-Vorzahlung, danach keinen Lohn mehr und auch kein Krankengeld. Er ist dann auf die oft niedrigere Altersrente angewiesen. Das heißt also, ab diesem Zeitpunkt nach den 6 Wochen fällt dann mit einem Schlag der Lohn weg und er bekommt auch kein Krankengeld als Ersatz für den Lohn. Und er muss dann mit der oftmals niedrigeren Rente über die Runden kommen. Daher fühlen sich Arbeitnehmer und Rentner, die gleichzeitig zusammen eine Rente und ein Arbeitsentgelt beziehen, beitragsmäßig de facto über die Ohren gehauen. So kann man es wirklich nur so sagen. Insoweit ist es aus unserer Sicht völlig unverständlich, warum der Gesetzgeber im Zuge der Abschaffung der Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogener Altersrente diese ungerechte Regelung nicht abgeschafft hat. Ich sage ein unhaltbarer Zustand. Was muss der Arbeitnehmer im drohenden Vollrentenbezug ab 2023 machen, um seine Krankenversicherungsansprüche zu sichern? Er muss einen Teilrentenantrag 99% aus seiner Altersrente stellen. Ohne diese Teilrente hat er de facto keinen Anspruch auf Krankengeld, wenn er als Rentner weiterarbeitet. Das gilt auch dann, wenn er eine Regelaltersrente erhält oder die Regelaltersgrenze erreicht hat. Daher meine Bitte an den Gesetzgeber, bitte hier noch im Gesetzgebungsverfahren. Es ist noch nicht abgeschlossen. Der Bundesrat entscheidet noch zum 16.12., so wie ich es gelesen habe, in der Tagesordnung im Bundesrat. Bis dahin ist noch Zeit, um hier eine entsprechende Regelung zu treffen. Die Gewerkschaften haben im Übrigen eine solche Regelung angemahnt. Ich sage, wenn der Gesetzgeber schon die Flexibilisierung der Rente einführt, also die Flexirente einführt, die den Zuverdienstgrenzen abschafft, dann muss es doch auch möglich sein, das Arbeiten im Alter so attraktiv zu gestalten, dass die Menschen gerade im Alter wird man oftmals schneller kränker oder erkrankt, als wenn man jünger ist, hier auch eine entsprechende Absicherung über das Krankengeld haben. Es macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Unterschied, ob ich nur Arbeitnehmer ohne Rente bin oder ich bin Arbeitnehmer mit Rentenbezug. Wenn ich erkranke, dann hat das oftmals auch etwas mit meiner beruflich ausgeübten Tätigkeit zu tun. Daher nochmals meine Bitte an den Gesetzgeber, hier diese Sache dringend und schnellstens ändern. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.